Herr Weidmann, was sagen Sie dazu? Wir bekommen einen neuen Mitarbeiter. Was? Da ist diese Sache mit Herrn Nestrick. Sie wollten sich überlegen, wo wir den unterbringen. Ach du lieber Gott, Herr dieser Nestrick. Damit er nicht eine Außenstelle, möglichst weit weg, vom Niehaus in der Sahara. Nee, in der Sahara nicht. Aber ein Amt für Rationalisierung. Donnerwetter hat der oft gewechselt. Dabei steht hier, außergewöhnlich tüchtig. Die Minden sei arbeitseifer, nie krank, guter Organisator und so weiter und so weiter. Hoffentlich können wir den genauso schnell wegloben, wie es die anderen gemacht haben. Können Sie mir denn schon sagen, was mein Aufgabenbereich sein wird? Wir arbeiten alle zusammen. Wir legen Wert darauf, ein Team zu sein. Ich verstehe. Haben wir hier viel Publikumsverkehr? Wenig, Herr Nestrick. Und ich bin dankbar dafür, denn Besucher sind ja doch nur Störenfriede und Verzillenträger. Ach Gott, nein. Wie man steht, was da sind? Hier klingelt nie das Telefon. Keine Besucher. Gibt's hier keine Post? Meine neue Stellung. Meine Geisterbeherde ist das. Wie man steht, was da sind? Spielen Sie auch Schacht.